tatsächlich so leute letzte mission diesmal wird nicht geschehen werden schon angezeigt oder hier 100 meter nur diesmal sterben wir nicht gestatten also diesmal werden wir nicht oben sind echt da ja geil funktioniert wieder hey los du vier eier ich vier ja ich habe hier und noch welche ach hier hier oben 12 ich brauche nur noch ein hier hier bei mir rechts beim bau ich komme ich sehe konnte richtig habe ich habe eingesetzt du kannst auch einsetzen wenn du willst so und jetzt will ich kurz die ladung machen hier ohne einfach nachladen ja einer tot ach so ja ich schieße einfach auch hier tot 1 2 4 mal muss man das machen der drohne runter geschlossen schwachpunkt ich habe einen schwachpunkt kill gemacht an der drohne und kontrolle bewahren okay jetzt krieg ich will skins haben und nachschubdings ich muss zwei stück hoch schicken du auch ne du brauchst ja nur noch eine glaube ich ein genau hier unten ist was ich darf nicht nachladen doch du darfst jetzt darfst du wieder nachladen wenn du ach so du hast noch nicht vier kills also vor zumindest nicht angezeigt also ich lade jetzt einfach nicht nach reis package weg der geil so habe ich ich mache kurz hier das lager hier ich muss jetzt nur noch einmal das machen und dann ist das safe so ein kill critical und her meine kinder ich brauche noch ein kill der nächste kill sehr schön sehr gut nein ich muss doch lang und weg mit dem auch hier oben das mit einem schwachpunkt blablabla ist voll billig zu machen alter bei mir blitzen die raptoren so krass hin und her da habe ich gerade gesehen einsammeln du bist gleich tot hartrücken sofort was ist wenn ich nicht will musst du sicher ja ich habe schon das eine paket alles gut siehst du ich noch so ach da sind die die grünen gifting als können die auch zu faktoren oder wie meinst du das wie die giftinger die los würde ich eher sagen so also gehört aber zu raptoren ja ja okay ein eis fehlt noch ja ach da auch sogar zwei eier danke tschüss ich hätte alles noch gut bei euch grüß mal oh hier links ist wieder ich glaube da kann man so eine ladung nach oben schießen ich ja zwei stück eine 70 der andere 110 meter entfernt auch sehr schön ich rufe schon her zur kontrolle bewahren abgeschlossen ob sehr gut ich gehe zum anderen hin und macht das ich glaube auch ab und zu mal stehen so und jetzt langsam zur mission war er kann man mal kann man hier vielleicht irgendwo gucken was man schon alles abgeschlossen hat das muss denke mal nicht ich habe gedacht hier gibt es vielleicht irgendwie so eine damit man wenigstens noch gucken kann ich habe noch die und die es sei denn wir haben alle abgeschlossen glaube ich nicht die season bedenkt auf jeden fall noch nicht geht das sagen wir noch was was hast du ein e-mode gemacht oder was ja ja mittlere maus hast du gedrückt halten und dann ich habe etwas gemeldet nice kontrolle bewahren hast du jetzt abgeschlossen ne 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 17 von 30 und schwachpunkte habe ich schon fünf stück okay hier ist bedrohung wieder niedrig sehr schön perfekt noch ein lager munition ja polar lichter muss nicht munition ach da habe ich ganz so die dinger sind sind die ganzen raptur hier darf nicht nachladen ach ich glaube diesen oder ach das ist spur ist das ach so dann können ja 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 alles klar wo müssen wir lang zeige uns den weg ja da lang sehr schön laufen durch die höhle ja ich glaube du musst dich heilen ja damit du nicht stirbst man du bist ja ganz genau wer die ganze zeit stirbt er kommt vorhin das ist das war nicht meine schuld ja ich dachte ich kann echt drüber springen auf die haben mich in der luft abgefangen ich dachte ich hätte schon nichts getötet aber da waren mehrere habe ich schon gemacht ja keine sorge ich bin noch da also ich werde es wieder die kleine höhle da unten ja wir laufen einfach so hin ohne was zu machen ja ich kann kurz hier scanner machen aber hier aus aktivieren bevor du stirbst junge recht hier ist munition und so ne ich habe alles mir wurde das vorher nicht angezeigt dass da oben was ist ja sie ist ja warte ich komme ach stimmt wir müssen ja jetzt ich will auch noch mal träger weil wir mehr brauchen er den t-rex töten wir ja 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 den töten wir wie sie erst die eier rausbringen und dann t-rex töten ja komm her stell dich genau hierhin bei mir komm her der wird uns gleich nicht sehen los ab aufgoben wo ist das war ja auf eben los kommt der kommt gleich echt kommen wir bringen die kurz raus ja 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 bei mir kam der immer sofort stimmt warte mal der kommt gerade wirklich nicht oder vielleicht jetzt das ist ja komisch gleich sind wir so ruhig dass sonst ach ich habe das auch gemacht mit schwachpunkten siehst du schießt einfach nur drauf das heißt ich muss auch headshots machen ups ok ja schade komm raus raus wo ist der rex schade das muss doch hier sein ich würde ihn aber auch gern töten da hinter dir sind welche das ist so ich komme raus hier ist nichts hier ist echt nichts ach über uns ist ein construction punkten ich würde jetzt noch gerne mission nicht zu ende machen geht dieses krit wie viele krit hast du schon gemacht weiß ich nicht das letzte wo ich gesehen geguckt habe also genau hingeschaut habe fünf aber können wir hier am extraction punkt können wir genug machen oder wc ruf und alle dann abknallen oder was ja so sieht es jetzt aus was das letzte was ich machen muss noch dieses nachschub ding da wenn es das ist und bring den nachschub behälter jetzt abgeschlossen ich habe glaube ich ich hoffe ich kriege übertrag einen skin junge also warte mal wir müssen doch noch eier bergen müssen wir das vielleicht noch mal haben wir doch schon gemacht ja aber das war eine hauptmission meinst du die zählen nein nein diese acht kleinen am anfang jedoch am anfang acht kleine eier gesammelt weißt du nicht mehr ja aber nur wir brauchen aber zwei davon und wir müssen in ein gebiet rein das niedrig ist dann zählen die dinger erst ne sicher eier behält eier weg bringen war nur einmal und nachschub behälter waren zweimal echt wechseln zwei starkes reaktionsmittel ok da drüben sind auch noch welche hier joe let's go ja es kann auch sein dass der rex halt nicht kommt weiß ich da ist die mutter gestorben man das war mein kopf man ich mich gern das mit dem kritz noch machen diese 20 ich krieg jetzt aber auch gerade keine kritz mehr da ich krieg keine mehr ich weiß nicht wichtig ich habe die bekommen weil ich eine drohne abgeknallt habe und hier geradeaus den seinen schwachpunkt müssen wir treffen dann kriegen wir gut punkte hallo ist dann let's go jetzt lass das ding umkippen kriegen wir das sind ja ich habe sie jetzt hier fehlen geschmissen ja dick ja dick flieg um auch flieg um hat der überhaupt einen schwachpunkt? ich glaube da hat gar keinen irgendwie nicht ne der leuchtet nicht ne okay machen fertig los einmal schwachpunkt skills doch tatsächlich ich bin bei elf ich bin auch bei elf 12 du bist gleich tot heile dich mal bitte oh sorry falsche waffe ich bin auch bei elf ich bin auch bei elf das ist irgendwie kein treffer ne ach junge bei mir ist immer ein treffer hab ich gesehen wie wir beide irgendwie durch den kopf geschossen ja weil du nicht getroffen hast ich war abgelenkt durch die wir haben wirklich gerade beide durch geschossen ich habe eine verkackte pistole mitgenommen wollte ich gar nicht keine maschine keine maschine guck dir mal skin an wir teilen uns wirklich die sachen alle guck dir mal eine waffe an das aqua skin ich heile mich mhm so du willst jetzt auch noch die letzten crits machen und dann weg hier ne ja genau genau dann können wir raus ich denke mal die anderen mission die haben wir schon das bestehen die nur bleibt stehen man das waren krit aber halt nicht so wie ich es wollte er hast du munition oder so ich habe noch genug schuss wieso ich nicht mehr so viel egal finden wir gleich dann lass uns zum weg zu 600 noch was gehen da finden wir noch munition hier müsste auch noch munition die ane das ist gar nicht doch hier doch hier bei der drohne wir müssen auch noch irgendwie ja hier ich nehme auch eine und ausrüstung hier rechts lang genau wenn du willst können wir uns ja kurz aufteilen ich gehe hier mach 1 2 3 sachen noch und gucke ob ich da was erreichen kann ey warte du gehst zu der mission junger da geh ich doch auch mit ja easy christian christian war hunter danke für dein twitch prime vielen herzlichen dank und willkommen im 12 und die den 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 hin und wer ist eher da ich wo ich bekomme ich dachte ich bin slow motion drin namen christian wie geht es sich stets 12 ich brauche nur noch ein ich sehe keine hier jetzt habe ich ziel sicher abgeschlossen war baby ja ich finde gerade keine dinos haben sie alle auch getötet junger was willst du denn da lass uns von 1000 eingehen damit du wenigstens die kritz voll kriegst hier sind welche drogen hoch lassen sie weg wenn ich rutsche runter runtergerutscht ich bin runtergerutscht das kannst du machen so ich glaube noch vier stück oder so dann haben wir das auch muss doch irgendwie kontrolle bewahren aber ich weiß nicht ganz genau was ich da machen rolle bewahren war ich glaube 30 raton töten oder nicht oder war das mit vier vier dinos töten ohne nachzuladen das da wurde mir nur einmal etwas angezeigt und dann die wieder auch hier schnee töten so ich nehme nach vorne ach warte mal ganz easy frisst du scheiß höhle wo bist du denn junger jackie chen oder was technoday hat kein kopf mehr kommen wir hier die beiden hier beide siehst du dass ich habe die abgeschossen btf weiter er guckt man oder bei mir hat er sein kopf gerade noch dran gehabt echt guck mal hier sind ein bisschen blutig aus btf bei mir haben sie weiße soße rausgespürzt ok btf weiter die technisch ist mal bitte hier auf das t4 hatte ich mache sogar von hier aus das soll ich mache sogar von hier aus ich verstehe es nicht ja bei mir nicht ja bei ihm alter ich habe die stadt davor alter jaja sagen sie alle so ein brauche ich glaube ich noch tickt noch ein kriss ist ja das ist second extinction das spiel gibt es noch nicht allzu lange ich glaube es seit drei monaten oder so abgeschlossen ich glaube august ist es rausgekommen so viel ich weiß also ich glaube august ich glaube oktober oktober war das halte ich mal lieber so da ist so ein riesiges reno zu raus ne so aber diesmal müssen wir rauskommen ok wollen wir raus oder was sagst du ja ja ich lass mal ein bisschen raus lass es raus hier zum 400er gehen ja ne ja ja da wird wir hier raus aus der mission raus aus der gefahrenzone hier liegt irgendwo noch munition wenn ich mich nicht irre das scheiß drauf ab liegt da doch was ja linke seite klicke seite bis jetzt sein oder so job sehr schön da lass einfach hin da und dann weg hier tickte der das reno zur rost da unten hat eine schwachstelle auch stimmt das können wir noch kurz erledigen vorsicht ja das sollte nicht passieren da hast du gesehen der hat sich auf die seite geschwissen ja ich glaube der stärker oder jetzt nicht mehr tot ich küsse ihn gleich da unten junge ich mach kurz was weiß ich habe die attacke abgebrochen voll idiot ist er dead ja scheint wohl so er ist weg ne er lebt noch echt ne also gibt es dead hab alles eingesammelt jo nice mal sehen hier ich hab sogar mit der pistole dein c4 getroffen junge ja ich weiß nicht bei mir backt das übelst aber das hatte ich gestern hatte ich gestern auch schon hier rechts lang gestern auch schon oder ach nee ich bin safe würde ich sagen ja ich komm jetzt auch einfach weißt du was pfeebi weiße soße einfach nur weiße soße hier unten ist es dick noch nice okay so ich drück mal drauf mal gucken ob du auch noch warte 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 ich brauch erst munition und so da drüben ich hab keine granaten mehr ich hab gar nichts mehr ja aber ich glaub du musst eh auch nochmal drauf drücken ich probier's mal aus ach doch nicht hier nehmt ausrüstung hier ausrüstung hopp hier hab ich schon hab ich schon ach so dahin ist auch noch was ich mach die höhle schon mal kaputt sonst wird es gleich ein Zug gettig Kontrolle bewahren ich hab wieder einen Punkt davon bekommen ich hab's abgeschlossen nice oh my fucking techno ich ich liege ich bin irgendwie techno 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 weiter bitte nicht sterben bitte nicht sterben bitte nicht sterben ja ich hau jetzt gerade extra ab ich geh kurz nur um den Weg weil ich will jetzt echt auch nicht sterben ich halt mich kurz sogar ey 10 sekunden jo super 5 4 3 2 1 let's go ja leute also wie gesagt nach dieser runde muss sofort aufhören wird leider gern aber ich bin ihr wisst was ich meine bist du schon da ich komme gerade runtergefahren das flugzeug ist da ich will ganz gerne reingehen jetzt warum kann ich nicht gleich oben bleiben eigentlich keine ahnung es sind zu viele ja ja ich so rein 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 unterstützt ja alles gut ich komme jetzt da liegt hier viel stuff ok ich komme rein ich komme rein so leute so pass auf techno was wir kriegen pass auf da bin ich jetzt geschwund ich hoffe ich kriegen die ich kriege ein kraftor und dran siehst du den ja so